So, 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 so. Es gibt zwei Varianten. Ein Dom ist ja schon mal sehr, sehr groß und außerdem ein religiöses Gebäude. Es wird aber keine Wanne geben, die so groß ist wie ein Dom oder eine Wanne, wo nur Päpste oder Bischöfe rein dürfen, wo man sagt, das ist eine Domwanne. Ich glaube aber immer noch, dass das irgendein, wenn es nicht mit einem Bauwerk... Wir sind schlicht und ergreifend in der Architektur. Du bist aber noch nicht dran. Oh, Herr Kahn! Oh, er hat zwei Fragen beantwortet. Oh, hier fallen sie an ganz scharf. Oh, Entschuldigung. Oh, Masa, Masa. Oh, oh. Hat mal jemand ein Shadow für mich? Es tut mir leid, dass ich gesprochen habe. Masa, Masa, tut mir leid, da habe ich gesprochen. Oh, oh, oh. Die beste Komikerin 2006. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Zwei. Zwei.